So, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine weitere Folge Pokémon GO, noch ein Infovideo, da ja gestern Abend eben zwei News mit einmal rausgekommen sind. Ich mir gedacht hab, scheiß drauf, wir machen das einfach heute in Ruhe, gucken uns das an, dafür muss ich halt alles, was ich heute vorhatte, verschieben, wieder irgendwo hinpacken. Feier den Azuril-Schlüpftag. Dieses Wochenende ist das Sea Day mit Mabula. Das Ding, der Schlüpftag ist nächstes Wochenende, verwechsel das bitte nicht. Und an sich, weiß ich nicht, als relativ aktiver Spieler, würde ich sagen, kann man den Schlüpftag auch komplett auslassen, denn das Ding gab es so oft bei Events, so oft aus Eiern, zu Osterfesten dazu. Dann hat es mal einen GBL-Kampftag gegeben, wo auch immer zu Merrills und so Zeugs rauskam. Ein Azuril-Schlüpftag, wer das Baby-Shiny noch nicht hatte, könnte das vielleicht nutzen. Der erste Schlüpftag, den wir hatten letztens, war ja mit Riolu. Das war richtig cool, das war besser als gedacht, denn Riolu ist ein Pokémon, da willst du einen Hunderler, da willst du einen Shiny, da willst du Bonbons, da brauchst du XL, da hast du alles gebraucht, was es so gibt. Ich finde Azuril jetzt nicht so nützlich oder so spektakulär, vor allem, weil das Ding eben bei genügend Events kam und man es ja auch einfach so wild fangen kann, was bei Riolu, Lucario jetzt nicht der Fall war. Außer ihr habt natürlich am Go-Face gespielt und habt da einen Hunderler bekommen in der Wildnis und einen Shiny-Hunderler bekommen in der Wildnis. So wie Ramses, der Dicke und habt das dann hochgezogen bei Max Out Monday. Habt euch gefreut wie Bolle, ne? Und jetzt sind die beide weg. Genial. Feiert den Azuril-Schlüpftag am Samstag, 30. September von 14 bis 17 Uhr. Häufiger aus zwei Kilometer Eiern. Die Chance auf ein schillerndes Azuril ist erhöht. Und ich, Free-to-Play unterwegs jetzt, ja, werde die mit der unendlichen Brutmaschine wohl das ein oder andere Ei versuchen auszubrüten. Da würde aber nicht viel bei rumkommen. Es besteht eine erhöhte Chance, ein schillerndes Azuril auszubrüten. Es gibt doppelten Schlüpf-Staub. Es gibt mehr zwei Kilometer Eier von Pokestops. Das ist ja schön an einem Schlüpftag, dass ihr da nicht ständig zehn Kilometer Eier kriegt. Äh, doppelte Bonbons für das Ausbrühen gibt es auch noch. Es gibt besondere Feldforschungen. Wenn ihr die Fotoscheiben dreht, könnt ihr Feldforschungsaufgaben erhalten. Schließt diese ab, um Sternenstau, Bären, Pogebälle und EP zu erhalten. Ist das jetzt hier ein Forschungstag oder was? Und eine befristete Forschung. Während des Events läuft eine kostenlose, befristete Forschung, für deren Abschluss sie eine super Brutmaschine und EP erhaltet. Ist also wieder auf der linken Seite im Heute-Tab zu finden. Nicht rechts. Rechts sind die Spezialforschungen, die ihr immer machen könnt. Links sind die befristeten Forschungen im Heute-Tab, die einfach nur während des bestimmten Events laufen. Die befristete Forschung endet mit dem Event. Ihr müsst die Aufgaben abschließen und die Belohnungen abholen, bevor das Event am Samstag, dem 30. September, 17 Uhr endet. Achtet da also drauf. Das wird nicht viel sein. Ihr kriegt halt eine Brutmaschine, ihr kriegt ein paar EP, aber dann habt ihr vielleicht Aufgaben wie, mach drei großartige Würfe und dreh fünf Pokestops und sprüte ein Ei. Und dann kriegt ihr nochmal als Belohnung vielleicht eine super Brutmaschine. Ist okay. Ja, Webstore lasse ich wieder weg. Interessiert wieder kein Schwein. Ist ein süßes Bild, kann man sagen. Aber ansonsten, der Riolu-Schlüpftag war einfach so Bombe. Ich weiß nicht, was da kommen soll in Zukunft, was nochmal an den heranreichen soll. Wenn das der erste Schlüpftag gewesen wäre, okay, dann wäre Riolu eine Steigerung. So flacht alles ab. Und wenn ich nochmal Riolu-Classic-Schlüpftag komme, wo man nochmal Riolu brüten kann, dann weiß ich nicht, ob diese Schlüpftage so beliebt sind. Werdet ihr zocken? Werdet ihr das brüten? Braucht ihr das noch? Schreibt es mal rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.